Dieser Mann, der sagte Sachen, wo mir der Mund offen stand. Der sagte, wissen Sie, wir arbeiten und alle, unsere ganze Firma, wir sind ein paar hundert Leute, im Zeichen der Nächstenliebe. Wir versuchen alles, was wir tun, so gut zu tun, wie wir das irgendwie können. Auch die Kommunikation untereinander in den verschiedenen Abteilungen, was wir machen. Und Sie glauben nicht, sagte er, was das für eine Energie ist. Die Leute kommen gerne zur Arbeit morgens. Das ist doch nicht schwer, so etwas nachzuahmen. Nein, überhaupt nicht. Ich frage mich manchmal, wieso kommen da nicht mehr Leute drauf? Das heißt, es sind Potenziale da in uns Menschen, die für mein Empfinden auch wach werden in den Jahren und Jahrzehnten, die kommen. Oder sagen wir, in den Jahrhunderten, die kommen. Also ich sehe in keiner Art und Weise irgendwas zum Verzweifeln oder irgendwas spielen. Nur wir müssen aus diesem Zustand der Blödheit raus, also der Unwissenheit, dieses geistigen, spirituellen Analphabetentums. Weiterschauen auf canfm.de oder in der canfm App. Die Links findest du in der Videobeschreibung. Weiterschauen auf canfm.de oder in der Videobeschreibung. Vielen Dank.